Hallo Leute und Willkommen zu einer neunten Runde Endergames, das sollte der Part 8 sein. Und ja, ich hatte mal Bock wieder aufzunehmen nach einer kleinen Aufnahmepause und wir spielen mit dem Kit Zielsucher. Ja, ich habe jetzt auch begonnen die Folgen hochzuladen. Wir haben jetzt den 11.12. Ja, genau, da seht ihr schon wie weit ich eigentlich im Voraus aufnehme. Und ja, ich glaube die Folgen sollten in einem 3-Tage-Abstand kommen, wenn ich das nicht geändert habe. Also, und wir kriegen wieder nichts, so ungefähr. Ah, guck mal, haben wir drei Kisten direkt hier. Lol. Okay, perfekt. Da einmal in die Wüste. Ach. Hm, ich gebe mal ein Steak. Äh, okay. Dann gucken wir mal, wie wir das jetzt machen. Ich hätte vielleicht den TS auch in den Aufnahmen rum. Ach, egal. Okay. Ähm, ich habe wohl lange nicht mehr gespielt, also Endergames. Deswegen verzeiht es mir, falls ich hier ein paar Fehler mache. Alter, Junge, was geht denn mit dem ab? Ist auch so ein Spaß, die die nichts können, ne? Okay, scheiß Känguru, ne? Wie ihr wisst, hasse ich keinen Gruß. So, äh, 57. Ja, äh, guter Start, würde ich sagen. Ich würde gerne einmal ganz kurz sortieren, bevor ich da zum nächsten gehe. Und, ja, okay. Das heißt, da haben wir schon mal die ersten zwei, drei Kills. Da warten unsere nächsten Kills. Die hätten ein gutes Schwert, das freut mich. Lol, war das schlecht. Okay, 92, dann brauche ich mich nicht mit Healing Pots hochheilen. Das ist ganz gut. Und dann crafte ich mir jetzt erstmal Rüstung. Ähm. Auf die, ups. Ach, scheiße, was mache ich? Ne, die brauche ich jetzt. So, äh, wo ist der? Okay, 110, perfekt. Ähm. Crafting und Schuhe. Eine Eisenbrust. Eine Eisenhose. Und ein Goldhelm. Äh, hoppala. So. So, und schon sieht es ein bisschen besser aus. Nehmen wir ein Feuerzeug noch rein. Oh, 40 Blöcke. Äh, wohin? In die Richtung. Ja, perfekt. Mitten in den Dschungel rein. Ähm. Okay. Ja. Wir sind mitten in einer Adventszeit. Gerade bei mir. Und, äh, ja, ich denke mal, die Folge wird nach Weihnachten kommen. Sollte so zumindest, wenn ich alles richtig mache. Und deswegen hoffe ich mal, ihr hattet eine schöne Adventszeit und Weihnachtszeit. Also schöne Weihnachten und alles. Und, ähm, genau. Upsala. Ich bin gerade ein bisschen aufgeregt. Das ist ganz schlecht. Hm, behalte ich, behalte ich weg. 3D ist gut. Hattet ihr irgendwas interessantes? EP-Flöschchen. Sehr gut. Okay. Ganz schnell. Jo. Oh, okay. 330. Mein Gott. Ohne Mist. Leute. Geht mit euch ab. So seid ihr auf einmal so weit weg. Ähm. Ja, genau. Killcounter ist eigentlich in jeder Runde mittlerweile drin. Habe ich zumindest so dran gedacht. Meines Bissens nach. Ähm. Genau. Ansonsten. Da die Folge ja jetzt ziemlich weit, äh, Gedingst ist, äh, im Voraus aufgenommen ist. Weiß ich halt nicht, äh, wie ihr das jetzt haben wolltet. Ob ich dann einfach so, ähm, die Folgen quasi nehmen soll. Ob ich die gewinne oder nicht. Und so. Ähm. Da würde ich euch auch nochmal hier bitten, das reinzuschreiben. Und. Oh, das war knapp. Okay. Da ist ein Ding ins Trank. WG. Hm. Genau. Da würde ich euch also bitten, dass man in die Comments zuhauen. Äh. Ich hab keinen Platz mehr dafür wirklich. Okay. Läuft bei mir. So, und dann begeben wir uns jetzt hier mal runter. Dann kam. Dann kam. Nein, 80, 90, 8. Okay, der Crafted anscheinend gerade oder bewegt sich einfach nicht. Vielleicht ist er ja auch nur Doom. Wer weiß. So, der sollte da unten sein. Wo. Wo. Ich hasse keinem. Was wusstest du das, Kumpel? Perfekt. Diaschwert schnell holen, bevor das jetzt wieder irgendein anderer kriegt. Und es leckt. Ach, ich hab gewonnen. GG. LOL. Dummer Hacker. Ja. Hacker. Also Leute, den könnte ich reporten, aber ganz ehrlich, das sind kleine Kiddies. Ähm. Die haben nichts können. Okay, selbst wenn das jetzt so ein bisschen verplant war, hoffe ich, dass es euch trotzdem gefallen hat. Auch wenn man ja deutlich gesehen hat, dass ich hacke. Ähm. Ja, ansonsten bitte ich euch halt, in die Comments zu schreiben. Die nächsten Folgen werden jetzt auch nochmal, ähm, quasi immer, dass ich eine Wunde nehme, die dann ziemlich gut ist oder so, denke ich mal, oder wie ich Lust hab, ob die Folgen halt mit vielen Kills sind und so weiter. Und ansonsten können wir das quasi so Uncut machen, mäßig, dass ich irgendwie, oder drei, eine Folge immer, zwei, ich weiß ja nicht wie lange die noch, zwei, drei Folgen, denke ich in einem Part, wo ich dann quasi unter die besten vier komme, dass ich die quasi nur nehme, so wie es bisher ist, oder dass ich eben nur immer eine Runde hochlade, die ich dann aber gewinne, ähm, oder, dass ich halt zum Beispiel die drei Runden Uncut aufnehme, und, ja, die dann quasi hintereinander schneide, kann's natürlich auch sein, dass ich immer direkt am Anfang sterbe, aber das wär jetzt auch die erste Runde, die ich gespielt hab. Und, ja, egal, jetzt laber ich schon wieder viel zu viel am Ende. Aber ja, Leute, wenn's euch gefallen hat, lasst ein paar Comments bitte da, ähm, damit ich weiß, wie ich hier weitermachen soll. Und ansonsten, gebt doch eine schöne positive Wertung hier ab, damit ich sehe, dass euch sowas gefällt. Und, ja, wenn ihr kein weiteres Video mehr verpassen wollt, abonniert uns. Und, schaut euch die anderen Videos an, und ansonsten, haut rein, Leute. Tschüss. Tschüss. Tschüss.